Ich bin hier bei Jenny Feldkamp auf dem Stand und was hast du dabei? Wir verkaufen gebrannte Mandeln, Süßwaren aller Art, also alles was gute Laune und gut schmeckt. Gute Laune macht und gut schmeckt so. Was essen die Bremer am liebsten? Gebrannte Mandeln und Bremer Kluten würde ich sagen. Sind die Bremer ein besonderes Publikum? Ja, ein bisschen speziell, ein bisschen stur, aber wenn man wie ich von hier kommt, dann kennt man das. Also eigentlich ist das schon normal für mich.